Bei mir ist noch nie eine Blume eingegangen, also zumindest nicht die aus Klemmbausteinen. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich für euch ein Set mitgebracht, das ich über Munich Bricks bestellt habe. Das Set ist gebrandet mit Mockblocks Brick und es gibt ja diesen kleinen gemeinsamen Nenner, mit dem man sein Hobby, in dem Fall Klemmbausteine, irgendwie doch in das Haus bringen kann, ohne dass die Freundinnen oder andere Leute dadurch direkt wütend werden. Und das sind meistens Blumen und genau so einen Vertreter habe ich heute mitgebracht. Und diese gibt es ja wie alles aus Klemmbaustein in sehr groß und preisintensiv und eben auch in etwas kleiner und da preisgünstiger. Und dieses Set kann man in Deutschland bei Munich Bricks bestellen für 10 Euro. Und da ist ein Feature mit dabei, bei dem ich mich schon länger gefragt habe, warum es im Klemmbaustein-Blumenbereich noch nicht so wirklich verbreitet ist. Das schauen wir uns aber natürlich dann gleich an. Die Verpackung ist leider sehr, sehr unspannend. Für die Hersteller-Nerds unter euch seht ihr aber hier auch den Hersteller und zwar Shang-Seng, Shang-Zuang und so weiter. Network Technology. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, bin ich ja ganz ehrlich. Ansonsten finden wir auf der Verpackung nicht so viele interessante Sachen und ich würde sagen, ich mache das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Auf den ersten Blick könnte man denken, wir haben hier ein Lego Star Wars Set liegen, aber es ist tatsächlich ein Blumen-Set. Und da gehören die bunten Farben auch wirklich rein. Wir haben natürlich nicht allzu viele Steine für diesen Preis, aber auch aus diesen kleinen Steinen kann man sicherlich etwas sehr Schönes zaubern. Wie die Steinequalität ist, darüber reden wir natürlich wie immer während des Baus, beziehungsweise bei diesem Set wahrscheinlich direkt nachdem es fertig gebaut ist. Ich glaube, man muss hier keinen Zwischenbauschritt einbauen. Und mit dabei ist natürlich die Anleitung. Die ist nicht gerade das Hochwertigste, was ich je gesehen habe. Es handelt sich um eine Auffaltanleitung. Das ist aber irgendwo dem Preis natürlich entsprechend. Hier finden wir auch eine Set-Nummer und zwar die 3012-1. Und die Abbildungen sind meiner Meinung nach gerade noch groß genug, dass man dort alles erkennen kann. Die Druckqualität ist auch völlig in Ordnung. Und ich denke, hiernach wird es sich ganz gut bauen lassen. Es wird auf jeden Fall alles ausgegraut. Was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird dann in Vollfarbe dargestellt. Und hier seht ihr auch schon das Feature, was ich gemeint habe. Wir haben nämlich hier mehrere Blüten in verschiedenen Farben dabei. Und können die Blumen so konfigurieren, wie wir das wollen. Und die verschiedenen Blüten dann ranstecken. Eben entweder Blau, Pink, Flieder oder Gelb. Oder dann die weißen Blüten, die wir am Anfang ranstecken. Was so ein wenig an die Orchidee des Marktführers von Farbschema erinnert. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das kleine putzige Set. Und fange dementsprechend jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und damit ist das kleine Blumenset auch schon fertig. Auf den ersten Blick hält es, was uns verspricht. Aber wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal im Detail an. Die Steinequalität ist vom Aussehen völlig in Ordnung. Die Fliesen sehen leider etwas mitgenommen aus, wie wir das von den vielen Herstellern kennen. Sie sehen eher matt als wirklich glänzend aus. Das ist beim Aussehen der größte Kritikpunkt bei den Teilen. Sonst sehen die Teile wirklich richtig gut aus. Klemmkraftmäßig gibt es aber bei diesem Set ein Problem. Da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein. Sonst aussehensmäßig finde ich das Set wirklich hübsch. Es ist klein, es ist eine sehr einfache Konstruktion. Aber es sieht am Ende gut aus. Und als Deko in der Wohnung macht sich das Ganze auf jeden Fall ordentlich. Auch die versprochene Wechselmöglichkeit haben wir in Form von Blüten. Und wir können sogar mehr Blüten bauen, als auf der Anleitung gezeigt. Denn dort wird gezeigt, wir können jeweils zwei Blüten pro Farbe bauen. Aber wenn ich jetzt diese Teile hier noch ins Bild hole, dann seht ihr, das sind alle Teile für zwei weitere lilane Blüten. Dasselbe bei Gelb, dasselbe auch bei Blau und natürlich auch beim Pinkton. Also wir könnten hier auch von jeder Farbe vier Blüten bauen. Das ist auf den ersten Blick natürlich schon mal richtig gut. Und auch haben wir zu den ganzen Blütenteilen auch noch einige Ersatzteile dabei. Also die Steinemenge ist hier auf jeden Fall in Ordnung für 10 Euro. Und man kann sich hier eine schöne Blume und schöne Blüten bauen. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, richtig cool. Ich baue die mir in weiß und dann baue ich sie mir mal in blau und dann baue ich sie mir mal in gelb. Und so weiter und so fort. Die Idee wird aber leider durch einen Fakt sabotiert und das ist die Steinequalität in der Klemmkraft. Denn wenn ich jetzt hier eine Blüte abmachen möchte, dann nehme ich erstens die Blüte auseinander. Und wenn ich Pech habe, dann nehme ich auch noch den ganzen Stängel mit ab. Denn die Klemmkraft ist bei den Steinen leider sehr, sehr niedrig. Und das rächt sich natürlich, wenn gefühlt die Hälfte des Sets nur auf einer Noppe fixiert wird. Also auch diese Blüte jetzt hier wieder ranzubauen, ist nicht gerade allzu einfach, ohne dass der Stängel abfällt. In dem Fall hat es sogar mal funktioniert. Aber glaubt mir, das macht nicht allzu viel Spaß, hier an dem Hebel irgendwas ranzubauen, ohne dass einem dann das halbe Set auseinander baut. Denn wenn so ein Stängel hier abfällt, fällt meistens einfach das ganze Set sofort in sich zusammen, weil der Stängel noch andere Sachen mitreißt. Und das sabotiert natürlich diese, man wechselt die Blüten schnell mal aus Idee. Das hat auch den Bauspaß so ziemlich vermiest. Also ich habe bestimmt drei Anläufe gebraucht, bis das Ganze gebaut war, ohne dass dann irgendwo wieder eine Blüte in sich zusammengefallen ist oder ein Stängel abgefallen ist. Wenn es dann steht, steht es aber gut und sieht auch gut aus. Ich weiß nur nicht, ob dann so eine Verbindung, in der es wieder nur in einer Noppe hängt und hier das Gewicht dran hängt, irgendwann so ausgeleiert ist, dass es auch ohne irgendeine Fremdeinwirkung in sich zusammenfällt. Das kann ich jetzt erstmal nicht beurteilen, ist aber etwas, was ich schon in ein paar Jahren vermuten würde. Also der Hauptkritikpunkt ist hier wirklich die Klemmkraft der Steine. Die müsste einfach für die Bautechniken, die in so einer kleinen Blume verwendet werden, auf jeden Fall höher sein. Trotzdem, wie gesagt, das Set sieht am Ende gut aus und damit ist das, was das Set sein will, eigentlich erfüllt. Es ist ein gutes Deko-Set. Und wenn man sich beim Bau direkt bewusst ist, ich möchte alles in Weiß haben, baut man es eben in Weiß oder in Blau oder den anderen Farben. Denn man hat, wie gesagt, für alle vier Blüten die Teile, obwohl in der Anleitung nur für zwei Blüten je Farbe das Ganze gezeigt wird. Ich habe jetzt auch wirklich nur zwei je Farbe gebaut. Ich hätte jetzt den Mehrwert nicht gesehen, jetzt noch unbedingt mehr Blüten zusammenzustecken. Hat natürlich noch den positiven Nebeneffekt. Man hat diese Blume als Deko-Objekt und kann diese Blüten hier noch irgendwo im Regal mit verstreuen. Damit das auch noch damit schön aussieht. Und deshalb kommt dieses Set auch noch für 10 Euro zu einer Kaufempfehlung, was knapp geworden wäre durch die Klemmkraft. Aber wie gesagt, wenn es steht, ist es sehr schön. Wer sich durch den Bau durchquellen möchte, kann das machen. Der Bau ist zumindest nicht allzu lang und deshalb ist das Quälen relativ schnell vorbei. Dementsprechend gibt es von mir für Leute, die nicht unbedingt den großen Bauspaß suchen, aber so ein kleines Deko-Set mögen. Und damit klarkommt, dass die Klangkraft auf jeden Fall besser sein könnte. Eine Kaufempfehlung dafür. Für Leute, die großen Bauspaß suchen, ist so ein kleines Set sowieso meistens nicht der Riesenerfolg. Und dieses Set erst recht nicht. Das solltet ihr dann umschiffen. Ich packe euch natürlich Munich Bricks in die Beschreibung, wo ihr dieses Set kaufen könnt. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, dann schreibt wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und wenn euch diese Review gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett raus falle. Bei Munich Bricks. Und dieses Set kann man in Deutschland bei Munich Bricks. Sprachen lernen, Babbel. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020